Setze dich mit gestreckten Beinen auf deine Matte, Zehen zu dir herangezogen, Handflächen neben deinem Gesäß, deine Wirbelsäule ist gestreckt, Dantasana. Winkle die Beine an, lege die linke Fußsohle vor dein Schambein, den rechten Fuß in deinen linken Ellbogen und falte die Hände ineinander. Schließe die Augen und bringe deine Aufmerksamkeit in dein Becken. Drehe deinen Oberkörper mit der Ausatmung nach rechts. Ein zur Mitte. Aus nach rechts. Ein zurück und noch einmal. Bleibe in der Mitte und atme tief. Löse mit der Ausatmung die Stellung. Lege deine rechte Ferse vor dein Schambein, linken Fuß in den rechten Ellbogen. Falte die Hände ineinander und genieße die Dehnung. Atme tief in dein Becken ein und wieder aus. Dreh dich mit der nächsten Ausatmung nach links. Ein zur Mitte, aus nach links, ein zurück und noch einmal. Bleibe in der Mitte und genieße die Dehnung. Ausatmen, löse die Stellung und komme zurück in Dantasana. Schließe die Augen, atme tief und spüre die Weite in deinem Becken. Beide in deinem Becken. Sein W&E bästens. Untertitelung des ZDF, 2020